Ja, weil du zuerst die Kerze anzündungst. Ich muss erst die Kerze anzünden. Achso. Ja, aber woher und wie? Ich hab doch keine Kerze und ich weiß doch gar nicht, wie. Und hier kann ich auch nicht zu, weil doch Teile fehlen. Also hat's Nestor doch gespielt. Du hast dich jetzt verraten. Haha. Hab's gesehen. So. Ja, aber ich hab doch keine... Wie kann ich denn... Ich brauche etwas, um das Feuer zu entzünden. Hier kann ich anscheinend auch nichts machen. Es ist so... Ja, der Stadto fehlt offensichtlich einen Arm. Ja, und hier fehlt gleich ein Kopf. So. Alter, das ist... Ah, ein Wimmelbild wieder. So, Feuerstein. Fred. Das war eine Windrose. Der Kompass, der da drauf gemalt war, war eine Windrose. Ne? Nur mal so zur Info. So, jetzt müssen wir den Fred Feuerstein finden. Wo ist denn der? Ich hab jetzt gedacht, dass das hier ist, aber das sieht aus wie Harz. So, Kerze ist... Kerze im Auge. Wo ist denn eine Kerze? Hier? Tatsache. Da ist der Krug. Die Flöte. Ich spiele immer auf der Flöte. So, Ball ist hier. Ne Nuss. Ist das ne Nuss? Nein, das war ein Feuerstein. Achso. So sehen die also aus. Was? Platin? Ist das ein Rang in der PS4? Hab's zweimal durch für Platin. Achso. Das... Ganz ehrlich, du hast das gespielt? Alter. Das... Wie kann man sowas nur spielen? Ich mein, ich war's auch. Aber es ist doch... Eigentlich ist es doch eher ein Stream-Spiel zu unterhalten. Jetzt sag mir nicht, du hast es gekauft, weil ich es gegogelt hab. Alter, es ist so... Aber je mehr... Je mehr es kaufen, desto größer die Hoffnung, dass noch mehr solche Spiele kommen. Und ich werd's wieder tun. Definitiv. Mausefalle ist so hier. Ich komm aus dem Lachen nicht mehr raus. Ganz ehrlich. Linse. Hier ist ne Linse. Nein. Zuerst oben rechts. Kuss auf Papier. Ja, hier. So. Ähm... Bolzen und Lineal. Hier ist das Lineal. Und wo ist der Bolzen? Das ist kein Bolzen. Da ist der Bolzen. Das war ein Schrauber, aber egal. Alter, Feuer schreiben. Wir haben den Fred. Voll geil. Können wir Feuer machen. Alter, diese Animation. Ich werd bekloppt. Nein, ich will... Hallo? Wett. Richtig angeordnet scheinen die Linsen ein Muster zu ergeben. Ich muss es wieder zusammensetzen. Nein. Oh mein Gott. Fucking awesome. Alter, was? Boah, ist das fordernd. Ich, ähm... Ich hab keine Ahnung. Ich, ähm... Ich glaub, es ergibt einen toten Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss nur die richtige Anordnung finden. Äh, das ist richtig, glaub ich. Guck mal eben. Das müsste... Das müsste... So sein, dass... Das... Nee, so. Ich glaub, das ist schon richtig. So, das ist nicht richtig. Das könnte stimmen. Oh, warte mal. Das war, glaub ich, schon richtig, oder? So, glaub ich. So, hier, das muss auch noch gedreht werden. Das ist richtig. Das ist, glaub ich, auch richtig. Das müsste, glaub ich, dann so hin. Hier bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, ja. Oder? Warte mal, die Mitte muss auch noch... Er gab gar nichts. Egal. Ähm... Boah, das ist ja ultra-super-duper-krass-schwer. Ja, ich, äh... Was hab ich denn jetzt bekommen? Hab ich irgendwas bekommen? Mithilfe des Leuchtturms ist die Augenhülle nun heller erleuchtet. Jucka! So. Dann werden wir mal in die Augenhülle gehen. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ein Wimmelbild! Wer hätte das gedacht? So. Kruppier, Schriftrolle, Steuerrad, Schleuder. Ein Schleuder. Äh... Skorpion, Perlenturm, Kiefer... Speer, Chameleon und, äh... Fläschchen. Ach, boah, nee, das soll ich auch sagen. Da ist schon mal der... Was soll ich denn mit dem... An... Äh... Ui, ich bin ein fliegender Krug. Hier, Prost. Ja, Prost. Ähm... Da ist ein Frosch. Der guckt uns an. Ich hab keine Ahnung, warum. Perlen. Wau mal den. Perlen? Perlen. Speer. Hier ist der Speer. Wir trinken doch kein Bier hier. Wasser aus einer braunen Flasche. Immer noch. Ne? So. Steuerrad. Ähm... Ja. Ähm... Alter, ich... Ich seh gar nicht mehr. Aber japanische Whisky. Was? Skopioten. Was ist das denn? Das ist kein Skopioten. Das ist ein Tentakel. Perlen. Käfer. Hm. Turm. Boah, das Wimmelbild ist so unübersichtlich. Das ist unglaublich. Da ist das Steuerrad. Schlange. Wo soll denn hier eine Schlange sein? Ah, hier, guck mal. Ach, hier war das Kamelnwurm. Oh, ich denk schon, was guckt mich denn da an? So, Fläschchen. Ja, die kann ich hier... Ich brauche einen Schlüssel für die Truhe. Natürlich. Wo ist denn dieser Kack-Schlüssel? Da. Nein. Käfer. Nein. Ach, da ist der Turm. Ja, sehr schön. Da ist der Bauer im Übrigen. Aber den brauchen wir gerade nicht. Aber wo ist denn bitte... Perlen, Schleuder, ein bisschen... Wir müssen auf jeden Fall die Truhe aufkriegen. Aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Nehmen. Ach, doch da. Habe ich gerade draufgeklickt. Aber egal. Da war die Schriftrolle drin. Schleuder. Ist das... Ah, hier ist die Schleuder. Tatsache. Ich schleudere mal gerne. Okay, das klingt falsch, wenn ich das so sage. Ich... Ich habe früher auch eine Zwille benutzt. Keine Schleuder, eine Zwille. Käfer. Das ist doch hier ein Käfer. Ein Fläschchen. Und hier ist auch der Käfer. Intuitiv. Habe ich draufgeklickt. Ich bin ESL-Profi im Wimmelbildspiel. Ja, ihr wisst es genau. So. Ja, wenn ich doch hier einen Krug habe. Wo kriege ich denn das Bier her, bitte? Muss ich wahrscheinlich hier Minecraft-mäßig abbauen oder so. Hier oben mit der Spitzhacke. Ähm. Schlange, Skorpion und Perlen. Wo sind denn die Perlen? Ich sehe bei diesem Wimmelbild gar nichts. Ist das hier? Nee. Da ist die Schlange. Skorpion. Boah, das, das Wimmelbild ist aber echt schwierig. Ich wollte ihn das alles so erkennen. Weil hier schon so ein Stier ist, dachte ich irgendwie, vielleicht ist der Skorpion auch auf der Wand. Aber Skorpion bei einem Totenkopf. Der war lustig. Bei welchem? Hier ist ja auch nur ein Totenkopf. Weißt du, Flash and Fingo? Da ist doch wirklich nur einer. Rechts sehr dünn. Ach, hier. Tatsache. Bei einem Totenkopf. Weißt du, hier liegen 100 Totenköpfe aber. Bei einem Totenkopf. Mhm. So. Muss ich so lachen. Kampfgeeks, du kannst auch mitmachen. Alter, der war gut. Der war gut. Muss ich so lachen. Ganz ehrlich, der war mega. Du hast geschrieben Skorpion bei einem Totenkopf. Weißt du, hier ist ja auch nur ein Totenkopf am Liegen. So. So, wo sind denn die Perlen? Alter, mega. Das Spiel ist der Hammer. Was soll ich denn bitte mit dem Krug machen? Kann ich denn irgendwo hier? Achso, Zeus war das gewesen. Achso, entschuldige, Zeus. Ich hab mich verlesen. Ich seh nur einen. Was? Hallo, hier liegt ein Haufen, da liegt ein Haufen. Hier liegen welche, da liegt ein Totenkopf. Okay, hab ich mich vertan. Entschuldige, bitte. Aber wo ist denn... Wo sind denn die Perlen? Und wie soll ich denn das Bier hier... Den Krug habe ich, aber... Aber wie soll ich denn... Natürlich, das ist ein Fass. Wer soll denn das erkennen, dass es ein Fass hier ist? Alter, komm. Wer soll denn bitte das erkennen, dass es ein Bierfass ist? Danke, Mäster. Aber wo sind jetzt die Perlen? Die hab ich grad schon die ganze Zeit gesucht. Neben der großen Skeletthand. Achso, wegen dem Bierfass. Ja, ja, ja. Achso, hier übrigens wieder Kreuz Ass, ne? Wo man Bescheid weiß. Kampfgegst, du kannst... Und genau dann steht Switch-Up. Ey, du kannst auch miträtseln, wenn du möchtest. Ne, mitmachen, wenn du möchtest. Auch im Chat. Einfach reinschreiben, wenn du was siehst. Ähm, hier erstmal braun. Braucht man ne Badewanne? Dann... Was? Dann Gerste und so weiter. Was bewegt dich schon, Bessette? Was? Bewegt dich doch, was? Wie denn? Ich soll hier Perlen sammeln. Ich weiß aber nicht, wo die Perlen sind. Wo sollen denn bitte... Wo sollen denn bitte Perlen sein? Perlig, mittig und beim Ei. Ernsthaft? Da war doch keine Perle. Und vor allem Perlen. Weißt du, wenn das ne Perle war, dann schreibe ich Einzahl und vielleicht irgendwie an so einem Stift... Egal. Ich, äh, sag das sogar nicht mal. Im Frosch? Ja, ich glaube auch. So, Steuerrad. Sehr schön. Haben wir ein weiteres? Ähm... Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. Kann ich am Leuchtturm nochmal wimmeln? Ich probier's nochmal. Nein, okay. Hier ist, glaube ich, Schicht im Schacht. Außer halt hier das Ding. Aber da kriegen wir immer noch nicht hin. Warum auch immer. Ja, schöne Beschreibung. Auf jeden Fall. Definitiv. Er hält irgendwas in der Hand. Achso, warte mal. Da können wir die Hand schon reinsetzen. Der steinere Wanderer hielt etwas in den Händen, um damit in der Ferne zu blicken. Ich frage mich, was er sah. Wahrscheinlich dein loses Gehirn irgendwo auf der Straße rumliegen. Ähm... Wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwo rumwimmeln, ne? Worum geht's da genau? Unsere Tochter wurde entführt von einem... Äh, also wir haben ein Museum, wollten es eröffnen. Und unsere Tochter wurde entführt von einem Geist namens Remington, der ein Schiff besessen hat. Ein Pirat war früher. Und, ähm... Und der hat unsere Tochter entführt. Und da jagen wir jetzt hinterher. Die Wurzel ist ja zart. Ich muss sie vorsichtig herausgraben. Toll. Also brauchen wir eine Schaufel oder sowas. Ähm... Gibt's hier noch was zum Wimmeln? Nein. Ist er ein Romulaner? Was? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich glaub, so weit zurück, glaub ich... Glaub ich nicht, dass wir vom Spiel her so weit zurück müssen. Hm. Wir sind in Build-Action wahrscheinlich irgendwo wieder. Aber die Frage ist... Wuhu. Jaja, Remington. Jaja, ist da jemand bewohnt? Hm. Nein. Jaja, die Teile. Ja, ein Teil fehlt uns noch. Dann werden wir soweit durch damit. Was haben wir denn alles mit dem Inventar? Wir haben... Eine kleine Wurzel. Eine herausgerissene Seite. Was wir damit machen können, ich hab keine Ahnung. Ich will sie bestimmt von selbst erklären. Hier können wir auch noch nichts machen. Naja, gut. Leuchtturm. Ich geh aber zum Leuchtturm. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Und die Gerüst... Ja, mit dem roten Dingchen wedeln. Kann ich denn hier gar nichts? Kann ich nicht irgendwie... Ja, der Statue fehlt was. Dann nimm doch einfach... Nimm doch einfach die Sachen und knipp sie da drauf. Das sind doch so Kugelgelenke, weißt du? Wo man einfach den Kopf nimmt oder den Arm nimmt und man plöppt den einfach... Da wird noch... Nein. Warum denn auch? So, hier können wir nichts machen. Hier ist auch Feierabend. Gut. Muss man bei dem Spiel... Kein... Was? Chicken Wings essen? Sonst wäre... Schon lange verhungert. So. Ohne Hände zu benutzen. Ja. Ich hab auch Hunger. Ich muss so langsam auch was essen. Was gehen? Gut, gut, gut. Halskette, Schwert. Die Libelle. Die Libelle ist hier oben. Hab ich schon gesehen. So. Buch. Ähm. Ja. Beutel. Origami-Figur. Ähm. Telegraf. Halskette, Handschuh, Steuerrad. Steuerrad ist hier. Nein, ist es nicht. Sah so aus. Regen im Halbrad. Ähm. Halskette ist hier. Steuerrad ist hier. In der Ecke. Smiley. Smiley finde ich auch geil. Ähm. Origami. Origami, Origami, Origami. Ist das Origami? Ja. Ist ne Origami-Figur. Äh. Heavy Rain war hier gewesen. Ähm. Kokade. Kokade. Was ist denn eine Kokade? Was ist das denn? Telegraf. Das war ein Handschuh. Ist denn mit Telegraf gemeint ein Papier? Oder ein... Ich bin mir da gar nicht so sicher. Bei dem Spiel weiß man ja nicht. Vielleicht ist ja auch ein Telegraf vielleicht eine Gitarre. Oder ein Vogel. Man weiß es nicht. Das können ja alles mögliche sein. Was ist das hier? Das ist ein Telegraf. Ein... Beschleunigungs... Apparat. Apparello für ein Boot. Aber okay. Ich hab's ja gesagt. Das kann alles sein. Schwert hab ich doch gerade noch gesehen. Wo war denn das? Ah, hier. Smiley Buch. Xylophon. Hier. Ja. Xylophon. Ist hier. Ist hier. Xylophon ist hier. Ist hier. Ist hier. Siehste? Hier. Xylophon. Hier. Xylophon. Hier. Immer noch. Hier. Xylophon. Xylophon. Huch. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay, wenn man zu oft klickt, dann wird die Sicht so verschwommen. Ähm. Smiley unter dem Schwert. Ach, Tatsache. Ja, jetzt. So. Alter, das Spiel. So, Buch. Ähm. Beutel. Beutel. Da ist der Beutel. Springteufel. Was ist ein Springteufel? Und was ist eine Kokade? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht erschockt. Toll. Da war der Springteufel. Kotabe ist ein Abzeichen oben links. Ein Abzeichen? Ach, hier. Achso. Dann haben wir ja alles. Und ein Steuerrad. Jawoll. Interagieren. Achso. Werden wir mal hier. Gut. Mit dem Steuerrad können wir jetzt das letzte fehlende Teil hinzufügen. Interagieren. Nein. Ein geheimer Gang. Wo führt er hin? Man weiß es nicht. Gehen. Ja, ich möchte gehen. Zoomen. Ich konnte hier gerade zoomen. Ein Teil des Hebels fehlt. Doch der verbleibende Griff ist aus Knochen. Ich glaube, ich weiß von wo. Dieser dicke Vorgang ist so schwer, ich kann ihn ohne Hilfsmittel nicht bewegen. Na ja, ist klar. Na ja, ist klar. Ja. Nach 300 Jahren bin ich wieder zurück. Meine Insel hat sich kaum verändert. Ich habe die kleine Kapelle besucht, die Mary erbauen ließ, nachdem sie hierher zurückkehrte. Als ich unsere Gräber und ihr Porträt sah, ich konnte es nicht ertragen, sie so zu sehen. Älter und trauriger. So unglücklich. Ich ließ mich von der Wut hinreißen und schlug ihr Porträt in Stücke. Mein Beschluss steht fest. Ich werde die Zeit, die wir getrennt waren, wiedergutmachen. Ich werde sie zurückbringen und die Dinge zurück, äh, zurechtrücken. Sie wird glücklich werden, so wie sie es werden sollte. Übertragung von Lebensenergie. Lies ich das gerade richtig? Meine gesamte Jugend habe ich damit verbracht, die Geheimnisse des Voodoo-Saubers zu studieren. Mit Hilfe schwarzer Magie beschwore ich Davy Jones herauf und wurde zu einem unbesiegbaren Piraten. Nun werde ich den Zauber ein letztes Mal anwenden, um meine Gebete wieder zum Leben zu erwecken. Ich muss diese Jungfrau opfern, die ich gefangen habe. Bis ich meine Vorbereitung in der unterirdischen Bucht beendet habe, wird sie von meinen mächtigen Zaubersprüchen festgehalten. Dann werde ich sie, ihr Lebensenergie, berauben und damit meine geliebte Mary zurück ins Leben rufen. Ich scheue mich nicht vor dieser Grausamkeit. Ich weiß, Mary würde dasselbe auch für mich tun. Mit Sicherheit. Die Notiz wurde erst kürzlich geschrieben. Remedy plant etwas Wuhigbares. Doch eine Beweggründe... Was? Doch, seine Beweggründe sind... Edel? Ach du Scheiße. Davy Jones, wenn da Disney was nicht Klage erreicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hey, wir haben ein Schiff gefunden. Geil. Und eine Notiz. Der Entdeckungsglobus war für die Planung von Überfällen auf Händlerkonvois unverzichtbar. Doch nur, da ich mein Piratendasein aufgebe und mich mit Mary wieder niederlassen werde, benötige ich dieses Modellschiff nicht mehr. Remedy. Ich habe den Globus in der Kavalierenskajüte des Geisterschiffes gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin... Neues Ziel. Die Karte. Interagieren. Ohne Legende kann man die Karte nicht lesen. Ich kann herausfinden, wo der Schatz vergraben ist, indem ich einfach die Anweisung auf der Legende folge. Ach du Scheiße. Äh, E1. Des Osten. N3. 1. Nein, das ist ja falsch. Hä? Hä? Zieht das jetzt mit, das Erste oder nicht? E1. 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 So, dann Norden. Hä? Hä? 1, 2. Ach, Osten. 1, 2. Entschuldigung. Süden 2. 1, 2. Westen 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ich habe den Schatz gefunden. Ich war bekloppt. Das Grab, was sie nicht anfassen möchte. Im Übrigen. Hat sie noch gesagt? Ist das Piratenmonopoly? Ich glaube schon. So, hier können wir ja nichts mehr machen, ne? Genau, das Buch haben wir schon gelesen. Alter Schwede. Die Karten wurden zur Planung von Beutezugen überfallen auf Handlungsschiffen verwendet. Ja, das, äh... Wett. Einige Zutaten fehlen. Ich sollte das Buch nachlesen. Wir brauchen noch eine Karotte. Wir brauchen noch eine Blume. Äh, so, äh, ja, ich... Ich will nicht mehr. So, was haben wir noch hier? Achso, das Schiff, ne? Genau, da können wir mal aufs Schiff gehen. So, jetzt müssen wir ja aufs Schiff drauf, mal in die Kapitänskajüte und mal hier das Schiff einsetzen. Um Remedians Globus zu öffnen, muss sie jedes Schiff entlang der Handelsroute bewegen, bis es den korrekten Hafen erreicht. Ach, du heiliger Strohsack. Äh... Wett. Ach, du Kacke. Oh Gott. Ähm... Ähm... Ach, du heiliger Strohsack. Äh, Hilfe! Hilfe! Kann ich... Ne, das geht so nicht. Das funktioniert so schon mal nicht. Das, ähm... Warte, das Fass muss ja auch nach unten. Achso, das geht so nicht, ne? Die Rose muss nach unten. Der muss gleich nach da. So, der Anker muss gleich nach da. Das ist schon mal richtig so. Die Rose muss nach da. Warte mal, die Würfel müssen nach da, ne? Ich brauche das ja eigentlich nur in die richtige Reihenfolge setzen. jetzt. Dann muss das eigentlich passen. Ähm... Warte mal. Ähm... Eieieieiei. Ja, ist ja wichtig. Ja, Alter. Und eine neue Münze. Ich werde bekloppt. Toll. Ne Münze. Ich habe wunders gedacht, was wir jetzt kriegen. Ganz toll. Die Animation sind aber die geilsten. Und die Käse wäre auch nicht voll. Und die Käse wäre auch nicht voll. Und wie gut, dass das Spiel überhaupt nicht überlautet ist... äh... laut ist. Gott sei Dank. Toll. Toll. Alter Schwede. Huch. Ne, wollte ich gar nicht ähm... Wolltieren. So. Ich würde sagen... Suicide. Oh mein Gott! Ich würde sagen, wir machen jetzt hier... Machen wir ein kleines Päuschen. Oder beziehungsweise ein kleines Päuschen. Äh... Wir machen jetzt hier an der Stelle... Machen wir Feierabend. Wir spielen an der Stelle... Äh... Beim nächsten Mal weiter in der Let's Play Live Show. Puh. Wir machen jetzt für YouTube auch erstmal hier eine Folgenpause. In der nächsten Folge. Sehen wir uns wieder. Also bis dann. Ciao.